So, da sind wir wieder vorhin. War ein kleiner Halt. Ne, wir machen einfach weiter. Scheiße, bei mir lagts. So, jetzt geht's wieder weiter. Ey, seht ihr auch den Nebel? Wie? Nies nicht. Ach, sie leh. Ja, doch, ich leh. Schneebel. Wah, das ist brennt. Ich brenne auf. Verdammte Scheiße, es brennt wieder. Ach, doch nicht. Ach, Scheiße. Kannst du mich schnell op machen? Bist du op? Ich nicht. Doch, du schon. Ich habe es schon gemacht. Ja, ihr müsst... Oh. So, jetzt bist du op. Ey, du ist... Ihr müsst es klar waren. Feuer, Feuer, Feuer. OP. Ja, ich bin op. Ich bin op. Mal wieder. Vorhin warst du auch op. Nein, bei... Mal wieder bei einem Server. Ey. Ich bin kein kreativ. Geht gar nicht. Nein. Es gibt ja kein kreativ. Du darfst kein kreativ haben. Wir spielen Survival. Schon vergessen. Aber kannst du... Kannst du mich schnell op machen? Ich habe dir vorhin op gemacht. Aber ich bin kein Admin. Doch, bist du. Ja, ich mache Game Mode, aber es geht nicht. Klar geht das nicht. Warum? Siehst du gleich. So geht das. Wieso geht das? Ich habe dir gerade Game Mode gegeben. Ja, okay. So. Ich brauche Essen. Kannst du mir Essen geben? Ich bin einfach Hunger. Ich habe sieben Dings da. Ich habe jetzt zwei Brot. Ich habe jetzt zwei Brot. Hier Brot. Ey, Basis. Warte, ich mach mal. Basis, hast du kreativ? Nee, es geht nicht. Ich mache es kreativ. Ich mache also Schrägstrich und dann kreativ und es geht... Wieso wirst du kreativ? Ah, Rocco. Du musstest Game Mode. Ja, okay. Okay, ich warte. Ich warte, warte, Mann. Ich rede ich. Das ist ein zu zweit. Ich bin ein zu zweit. So, wir machen was ich dir in der Welt. Ich schlau. Na. Ja. So, ich bringe Clip. Ja? Das war ziemlich schön. Ich schlaue nicht mehr. immer von Kuhl und soll ich bin kreativ er wurde ich nicht war und war so jetzt hast du klar die Formen und dann gilt es auch eben wieder da Okay, jetzt muss ich voll zerpacken. Ey, mach Set Time. Alter! Es ist wieder Tag. Nein, wir cheaten nicht. Wir cheaten nicht, verdammt. Das ist ein Survival. Alter, du hast mich kreativ weggenommen. Ja, weil das Survival ist, kein kreativ. Wie jetzt? Wir spielen ja Survival. Ja, ich brauche nur schnell kreativ, ich sag dir, wenn ich das nicht mehr brauche. Ja, du cheatest dir doch was. Du cheatest dir etwas. Nee, eben nicht. Was denn? Du siehst es dann. Nein. Und es geht eben bei unserem Haus. Was ist mit dem? Das ist eben bauen. Ja, aber nicht mit kreativ. Du kannst alles abbauen. Holz hast du. Du musst einfach nur abbauen. Dann kannst du dein Haus bauen. Das ist ja der Sinn von Survival. Nee, komm jetzt. Nee. Was machst du? Es geht nur 10 Sekunden. Nein, wir spielen einfach so. Survival. Schon vergessen. Oh, es geht ja nur 10 Sekunden. Um ein Haus zu bauen? Nee, du baust kein Haus. Nee, du baust kein Haus zu bauen. Doch. Weißt du, was wir jetzt machen? Hey, ich habe eine Idee. Mach. Scheiß auf den Server. Wir machen einfach eine Map. Also wir machen so eine Welt. Wir machen jetzt kein Survival. Wir machen alle kreativ. Dann bauen wir ein Haus. Wir bauen so ein Serber. Okay? Ja. TNT! Nein, nein, nein! Was soll diese Scheiße? Nee! Was machst du, Daniel? Wir bauen eh das ganze Stadt ab. Also... Trotzdem nicht alles mit... Nein, wir bauen sie nicht ab. Wir spielen jetzt einfach. Was ist der Kommandum, um den Tag zu machen? Warte, ich weiß nicht. Das ist ein... Du musst Schrägstrich nachher bleiben. Nachher musst du ein Ding machen. Genau. Jetzt bauen wir einfach ein Haus. Ich baue mir jetzt einfach ein Haus. Ok. Okay.